ja hallo leute willkommen zu st patrickson day fun auch wieder eine sehr sehr einfache platin spiel kostet 3,59 kein crossball naja geht vielleicht noch gerade so kann gestackt werden ps4 ps5 eu und us version haben wir hier 4 stacks und ja wir sind hier in eine minute durch müsste eigentlich gehen kann sein das trophäen ist noch nicht online ist aber das sollte im laufe des tages kommen oder es ist schon ein bisschen die zielknöpfe drücken ist egal ob das perfekt oder gut ist perfekt komplett level ja ich habe geguckt also trophäen sind draußen also man kann direkt synchronisieren das ist gut